Ja, denkt er vielleicht, ich soll aufgeben? Nein, ein Wulf gibt nicht so schnell auf. Und da das Bild weine nicht, kleine Marissa, wir werden dir jetzt helfen. Ja, Onkel Wulf ist wieder mal da, wieder mal bei Megamari. Und wir werden es jetzt erneut versuchen. Ja, und das fängt schon so geil an, also, okay. Okay, was war jetzt? Jetzt war das hier. Ja, gut, das war die falsche Attacke. Aber ein bisschen Routine kommt hier jetzt rein. Und ich spring natürlich voll in die Stacheln und so. Lass mich in Ruhe, Elfe. Ey, okay, dafür, dass das Leben jetzt gekommen ist, versage ich jetzt grandios. Aber der Energietank ist schon mal nicht schlecht. Okay, Marissa. Das ist jetzt dämlich, dass ich Marissa schon wählen muss. Genau deswegen. Oh, das ist Alice. Das gehört... Ich hab ja völlig gewechselt ver... Verdammt. Da. So, hab da jetzt da vorn. Jetzt kommen wieder diese... Wie hießen sie noch schnell? Prison River Sisters. Jetzt versuche ich mal was anderes. Das ist jetzt noch ein bisschen Stress. Hoppla. Ja gut, der Komet macht ordentlich Schaden. Gegen das Eis sind die ja immun, das weiß ich. Also, nehmen wir wieder unser Töpchen und verstecken uns hier. Ja, 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 ich bin feige. Aber in diesem Spiel muss man auch ein bisschen feige sein. Okay, direkt davor. Dann kann uns nichts passieren. Das haben wir zumindest schon gemerkt. Okay, Püppchen, gute Arbeit, meine Puppe. Ja, das ist... Keine Ahnung, wie fehlt der Versuch. Ich verliere den Überblick. Ist ja auch irgendwie... Ja, hau ab. Ist ja auch irgendwie, mir nicht übel zu nehmen oder so, dass ich hier den Überblick über meine Versuche verliere. Aber naja, ich versuche das die ganze Zeit. Immer on screen. Jetzt gehen wir weiter in die Luft. Und ich... Boah. Ich wollte euch gerade eine Frage stellen, habe sie jetzt aber wieder vergessen. Was natürlich unglaublich genial ist. Und hier Marissa, mit Marissa durchzuwärmen, sie ist nicht so... Ich habe gewichselt gehabt. Glaube ich zumindest. Ich weiß selber nicht mehr, was ich tue. Scheiß Kugel, die wollte ich gar nicht vernichten. Ja, ja. Püppchen. Yeah, Püppchen. Jetzt nehme ich mal das hier. Das Problem ist, ich muss irgendwie diese... Oh, diese beiden Puppen, von der loswerden, von Yutari. Yutari. Nein. Eins, zwei, drei, vier. Die Messer, aber nein. Das will ich jetzt nicht riskieren. Mir ist der Mittelpunkt jetzt viel wichtiger. Vor allem sowas. Schnell wechseln. Toll, aber... Toll, aber... Ja... Naja, wenigstens ein bisschen. Vor allem habe ich da unten jetzt mehr Leben und einen Energietank. Also mehr Versuche, meine ich. Okay, Alice, das müssen wir jetzt auf einmal schaffen. Okay, erst mittig, dann rechts. Okay, Alice, zeig, was du drauf hast. Okay, mittig. Und jetzt rechts, 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 rechts. Nein. Ich habe es vergessen. Scheiße, damit ist der extra Versuch auch schon wieder weg. Aber na ja. Und ich hätte vielleicht etwas aufladen sollen. Na gut. Na gut, versuchen wir es hier nochmal. Ich darf jetzt nur nicht noch mehr Versuche verlieren. Okay, jetzt rechts bleiben. Immer rechts bleiben, egal was geschieht. Gut, 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 gut. Und mittig. Und runter und rechts. Ich habe das eingesammelt. Scheiße. Und der Energietank nützt mir hier eigentlich überhaupt nichts, da ich... Ja. Was wollte ich sagen? Ja, der Energietank nützt mir hier nichts, weil ich... Nicht aufgrund der Energie sterbe, sondern wegen... Oh! Brauche ich nicht. Danke vielmals. Weil ich nicht aufgrund der Energie sterbe, sondern wegen... Na. Den Löchern. Knap sie dir. Scheiße. Aber gegen diese Person ist das Püppchen allerbesten. Mach auf. Gut. Jetzt gehen wir wieder so vor. Na, jetzt können wir wieder etwas aufladen. Ich habe gemerkt, der Komet ist gut, die Schmetterlinge sind ebenfalls gut und die Raketen sind gut. Also werde ich jetzt jetzt so machen. Das erste Mal werde ich eine Rakete verwenden. Dann muss ich versuchen, über ihr zu bleiben. Damit ich den Komet verwenden kann. Sollte ich unter ihr sein, verwende ich die Schmetterlinge. Genau so wird das jetzt ablaufen. Okay. 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 Sie hat sich geschützt. wenn diese beiden Weiber nicht wären ja, es fängt schon wieder an aber naja, was soll's ich reg mich nicht auf, dieses Spiel ist viel zu gut und viel zu geil, als dass ich mich da großartig aufregen könnte aber nur mal so testen, wie viel macht der Komet schaden ich treffe nicht mal ich muss diese beiden Weiber loswerden vielleicht wieder Maschinengewehrmeister ja, ja ok Raketen ja, ich wurde getroffen ist aber egal ja, ich werde wieder getroffen aber ich werde Marissa jetzt teilen toll gut, die ist weg sie fetzt sich, ja ja, gut getroffen scheiße Moment mal ja, die ganze Zeit Störungen ich kann dagegen nichts unternehmen weil so ist das nun mal wenn man mit seiner Familie in einem Haushalt lebt aber naja ich weiß jetzt, werdet ihr Leute sagen wir Wohnungen suchen ah, Moment ja, da bin ich jetzt schon wieder zurück ja, was ich sagen wollte ihr Leute werdet ihr euch jetzt wahrscheinlich fragen warum benutzt du keine äh warum benutzt du keine Wohnung ja, toll toll ich wollte ja Maschinengewehrmeister ausrüsten ich wollte den Charakter wechseln ich habe gerade auf Stadt gedrückt ja ja, ihr Leute werdet ihr euch wahrscheinlich fragen ey, warum ziehst du nicht in eine Wohnung und so und äh ja, vielleicht irgendwann einmal aber momentan habe ich wirklich nicht das Geld dazu und selbst wenn warum sollte ich in eine Wohnung ziehen wenn ich zu Hause kostenlos und so weiter leben kann ich weiß, ihr werdet euch jetzt wahrscheinlich fragen ja, Mama, Söhnchen und so aber unsere Mutter ist selber damit einverstanden als Moment gut noch mal ja ja genau so ok, jetzt aufpassen kein Fehler machen keinen einzigen Fehler machen hey ich bin angespannt ich habe den Energietank verschwendet ich vollhorst macht nix falsche Richtung scheiße nein ok, ok ok, das ist die beste Runde bisher oh, fuck off ja, wenn Mösser noch einen Schlag einsteckt ist sie tot komm, einmal noch fuck it ok konzentration ja alter alter stirb yes yes Yukari du bist tot man, das war ganz schön knapp seht wo ich stehe und das Problem ist es glaube ich ich muss jetzt auf einen Schlag aufnehmen weil es hier ja kein Passwort gibt das wird lustig überhaupt nicht überhaupt nicht ok, da geht es schon mal nach oben kann ich da einfach so hoch nein ok, ich würde mal schätzen den Meteor weil der mir gute Dienste geleistet hat und den Nadelwerfer dann würde ich sagen ich mache jetzt einen kurzen Schnitt und wir sehen uns gleich wieder bis zum nächsten Mal fettach fettach ja dann jetzt